Musik So, das war die Ausfahrt der erzgebirgischen Aussichtsbahn Aus Annaberg-Buchholz-Unterer Bahnhof Heute am 10. Juni 2017 Und mit einer Stunde Verspätung Weil auf der Strecke wohl ein Baum auf den Gleisen lag Tja, sowas gibt es auch Muss man halt ein bisschen warten Aber die erzgebirgische Aussichtsbahn Die fährt trotzdem Tschüss